Ja, packt sie einfach rein, das wird reichen, die 15 Leitern. Ich glaube, mehr brauchen wir da gar nicht. So. Mal ein bisschen Holz holen. Das sieht richtig schön aus, was wir den hier bauen. Ich gucke, wie verwinkelt Kneitleger eigentlich ist. Oh Gott. Das ist dieses Dorf schöner. Es lässt sich besser ausbauen, weißt du? Könnt ihr diese beiden Häuser ja verbinden. Will ich das mal machen? Ah, kannst du machen. Entschuldigung. Ah, sie hat sich teleportiert. Sie wird sofort zum Laufen, ja? Die gute Frau. Interessant. Brauchst du noch Holz? Erstmal glaube ich nicht. Könnte reichen. Aber ich weiß es nicht. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Ja. Ja. Das war's. Das ist Speckstein. Nein. Ich glaube, es ist hier irgendwo an der Sitt. Lass mich doch mal auf. Hier ist ein Schaf hier unten. An der Sitt. An der Sitt. Ich gebe mir das Hammer und ich räume hier auf. Das Schaf in der Höhle ist mir unheimlich. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie ist mir das unheimlich. So, an der Sitzpflasterstein. Theorie, ja. An der Sitz müsste erst mal reichen, glaube ich. Wenn man hier wieder rauskommt. Irgendwo ging es auch raus. Genau, hier ging es raus wieder. Achtung, es ist sogar eine Schleiminsel. Guckt einer an. Oh! Ich sage nicht, dass du da hoch willst. Nö. Eine Sitzpflasterstein. Eine Sitzpflasterstein. Super, passt doch. Toll, super. Wer kommt da raus? Ich gehe mal rein. Echt, ich muss ja noch ein paar Lampen wieder einbauen hier. Das ist aber ganz doof gelaufen. Ich habe keine Lampen hier drin. Warum habe ich keine Lampen hier drin? Ich bin doch voll. Wo du da bist, wenn du voll bist. Kohle mal wegpacken. Machen wir auch mal weg. Ich habe eine kaputte Hose hier. Gab es hier nicht irgendwo Kürbisse? Ja. Ich habe immer das ganze Eisenschmelz. Vielleicht machen wir mal so einen komischen Knie. Ich weiß, du weißt schon, was ich meine. Eisengolem. Ich glaube, du hast ja... Kommt der nicht ab einer gewissen Anzahl von Cluris? Ja, auch. Dann machen wir so 20 Stück. 20 Stück. 3 mal 9 macht noch 27. Ja. Das brauchen wir auch noch mal. Dann brutze ich jetzt hier noch was weg. Die kaputte Hose packen wir auch mal hier rein. Das Entleitern, die kann ich ja mal mitnehmen. Die Rütt brauchen wir nicht. Das Gabro. Eklotid packen wir hier mit rein. Ja, Helguna Stein, Gabro. Rest lassen wir hier mal. Speckstein, Pflasterstein. Lassen wir auch erst mal. Den guten Speckstein. So. Lange möchtest du machen, Schoki? Bis 9. Bis 10 nach 9 machen. 10 nach 9. Ja, weil sonst Zeit hier nicht passt. Ja, aber bis 10 nach 9. Okay. Okay, da war Speckstein. Das war verkehrt. Speckstein wollen wir nicht. Den wollen wir. Genau. So. Hammer. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Ich gehe mal rein ins Haus. Das ist mir vielleicht ein bisschen sicherer. Hier. Hier ist wieder der Tunnelblick. Pup, 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 pup. Immer so gespenstisch ausfindig. So, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, brauchen wir ein paar Leitern. Die haben wir hier. Sehr schön. Können wir da nach oben gehen und dann machen wir Zäune. Alla, pup, 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 pup. Das haben wir sechs Zäune, das wird nicht reichen. Also Holz sagst du brauchst du nicht mehr, ne? Sechs Zäune, dann kann ich nicht reichen. Doch, eine Zäune mache ich mir gerade, danke. Doch, Holz ist, Holz ist noch gut. Kann man selber stimmt, welches Farben ich weiß. Brauche da mal Bedarf. Du bist ja auch gerade da im Gange, ne? Upsala. Ja, voll, aber der Kelle kommt langsam durch. Ja, ja. Ich wollte dich bauen. Geschirrleute packen, soll ich bauen jetzt mal nicht so einen schönen hier. Ja. Willst du einen Turm hier drauf bauen oder ohne Turm? Kann man auch mit Turm machen. Ne, bauen wir ohne Turm. Bin ich jetzt zuvor dazu. Es fehlt mal ein Zaun. Na gut, dann bauen wir hier ein Türmchen drauf. Dann bauen wir hier jetzt ein Türmchen drauf. Für Holz haben wir noch. Gut, zwei, eins. Zwei. Hier. Ja. Und hier. Dann spiceen wir noch mal die Türmchen drauf. Und das ist ein Türmchen drauf. Also, dass wir hier drauf nehmen. Wie die Türmchen drauf machen. Also, das ist jetzt hier drauf. Das ist ok. Und dann machen wir nochmal die Türmchen drauf. Okay, das geht nicht. Jetzt haben wir hier einen Turm. Die zwei Türme, genau gegenüber. Cool. Finde ich klasse. Hier geht's hoch. Speckstein? Nee. Eine Sitt hatte ich gebaut, ne? Ja, genau. Eine Sitt hatte ich gebaut. Eine Sitt hatte ich gebaut. Ah, ich denke, das wird schön werden hier. Also mir gefällt schon mal so weit das Dörfchen hier, dass auch von den Dorfbewohnern so richtig schön angenommen wird, dann haben wir richtig cool was gewonnen. Auf jeden Fall die ganze Sitt haben wir hier, ne? Warte. Sind die Fetterscheiben schon drin? Sind die Fetterscheiben schon drin? Okay. Super. Super. Dann brauche ich jetzt eine Tür. Die ist auch drin. Und da ist auch drin. Wunderbar. Dann brauche ich... ...hierer Leiter. Dann geht's hier hoch. Flipp. Ah, toll. Gehe ich trotzdem nicht hin. Mir fehlt trotzdem ein Zaun. Mir fehlt sogar noch mehr Zauner. Okay. Betten brauchen wir auch dieses? Ne, die Betten brauchen wir nicht. Das wäre mir neu, wenn die Betten bräuchten. So. Mal ein paar packeln hier. So, das muss reichen. Zauner. So, jetzt haben wir hier einen Turm. Aber die müssen jetzt noch geschüsselt werden, die Fackeln. Da wird die schön aussehen. Oder? Ja. Oder sollen die nicht schön aussehen? Doch, natürlich. So, jetzt fängt man mal wegpacken. So. Da drüben ist der andere Turm. Ja, hier ist der Turm. Hat doch was. Mal hier wieder runter. Hier ist Licht. Es wird so. Licht. Licht. Ah, hier sieht doch gut aus. Gab es ja nicht irgendwo Kürbisse? Ich habe gestern irgendwo Kürbisse gesehen. Mir Kürbisse irgendwo begegnet? Warum nicht? Warum nicht? Da hinten gab es irgendwo Kürbisse. Ich brauche ja noch einen. Um so einen Beschützer zu bauen. Weißt du? Die Kürbisse sind ja sehr selten immer in Minecraft. Hier habe ich irgendwo welche mal gefunden, gesehen, gehört, gemacht, getan. Ich sehe keinen einzigen Kürbis. So, der letzte Mal, wenn wir hier den Weg gebaut haben, hier Kürbisse gesehen, wie verrückt. Wo würden die alle hin? Okay, dann gehe ich wieder zurück. Schade, ich wollte eigentlich... Ne, ich brauche doch sogar vier Eisenblöcke, glaube ich. Vier sogar, oder? Ja, ich brauche vier Eisenblöcke. Bist du gerade bei uns zu Hause, oder wo bist du? Ja, ich bin gerade dran, für die kleinen süßen Degos Sachen zu machen. Bringst du mal einen Kürbis mit? Falls ich hier keinen finden sollte. Hört sich hier keinen finden, so, bis haben wir ja welche im Garten. Ich glaube, ja, müsste auch welche im Lagersystem, glaube ich, drin sein, oder? Ich habe einen Garten, oder welche? Wie viele? Einen. Habe ich mit? Alles klar, sagt er. So. Habe ich 27 von denen. Habe ich drei Eisenblöcke. Die baue ich schon mal hier irgendwo hin, wo sie am meisten aufhalten, glaube ich, ne? Ja. Wo am meisten rumgeknürrt wird. Wo ist denn das? Hier wird gerade vier rumgeknürrt. Da soll er hin. Da muss ich jetzt nochmal neun Eisen schmelzen. Wir haben so viel Eisen, die verpulvere ich jetzt hier mal. Weil besser ist das. Neun schmelzen wir hier rein, los. Dann probieren wir das nächste Haus wieder weiter. Das ist hellgrün, steigen, gebaut das Haus, ne? Super. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Farben. Oh, ich muss was essen. Das ist aber auch keiner, was essen muss. Ach, ne. Ja, meistens. So. Nachhaltigkeit. Ein paar Bäume hier fällen. So, ja. So. So. Eichnolz. Schön. Nein. Nein. Hüpf. Eins. Zwei. 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 Können wir rein, kleiner? Komm. Aua. 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 Wie ist das jetzt davon? Wie ist das jetzt davon? Dass der Papa wüsste, ne? Aber Asch habe ich hier gerade schon gegeben. Aua. Aua. So. Das wird doch. Super. Schoki kann laufen, ganz was tolles, wusste ich ja noch gar nicht, dass Schoki laufen kann. So, wenn ich jetzt hier so ein paar Flips anbringe, mal so ein Stein an, mal so was. Toll, das kann er auch nicht richtig Steine setzen. Ist doch so, gar nicht mal so verkehrt aus. Sieht hier sehr original aus. Mach das. Wieder in Hütte fertig. Ich muss noch was trinken. Aus dem Dorf Hüttenhausen wird langsam, das ist Diorit. Können wir doch mit Speckstein weiter bauen. Das machen wir einfach mal. Drei, drei, vier. So, da toll sind das mal wieder alle. Die Tür hat das Gebäude auch schon mal wieder. Was? Diorit. Ah, mein Gott, was soll's denn? Ohne hier. Ah, mein Gott, was soll's denn? Ohne hier. Kein Holz mehr vor der Hütten. Kein Holz mehr vor der Hütten. Der war gut. Der war ganz richtig gut. Der war ganz richtig gut. Oh, die ganze Dichtpflanze. Was für läuft da? Ach, du bist das. Boah. Guck mal nochmal so schön hier was abholzen. Wir sehen hier. Wir haben auch weggenommen. Oh, da kommt schon so ein komischer Kerl um die Ecke. Auto, da schießt doch noch. Lass das. Geh weg. Soll ich einen Kürbis mitgebracht? Ja. Das ist doch schön. Was hast du denn in der Kiste getan, oder? Bei mir. Ja, so. Hier ist er. Danke. Jetzt will ich mal so einen Linkspunkt erschaffen. Au! Wer? Wo? Na, weiter. Weg. Ich meine, der Tinkersburg in der alten Welt, wo wir vorher waren, der war irgendwie besser von da. Ähm. Au! 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 Oh! Ein Zombie-Pferd hier! Hier ist doch was Schleimiges. Ist aber gut hier. ich habe ich habe einen golem erschaffen er guckt mich ganz böse an ich weiß gar nicht warum habe ich alles getan so dieses dorf muss richtig groß noch werden wenn ich echt dafür so jetzt wollen wir hier dieses häuschen hier weiter er war ja abgestorben vorhin ja genau so ist das speckstein wo ist mein speckstein an der set speckstein auch immer zu jetzt licht drin und geklappt mit dem einrichten ja es ist doch schön was solche fehler und dach noch drüber sich halt mistiger welcher eklotite reicht nicht jetzt reicht eklotite standard hausbau freunde ja